Warum freuen Sie sich heute besonders auf diesen Abend? Ich freue mich besonders, weil ich ja Mitglied der Jury war in diesem Jahr und ich jetzt meine Jury-Kollegen wieder treffe, natürlich auch andere Freunde und Bekannte aus dieser Medien-Szene und ich bin sehr gespannt, wer jetzt am Ende gewonnen hat in den einzelnen Kategorien. Das wissen wir von der Jury ja auch nicht. Weil wir haben zwar die drei Nominierten bestimmt in offener Wahl, aber wer dann letztendlich gewonnen hat jeweils, das haben wir in geheimer Wahl bestimmt. Also jeder hat einen Namen auf einen Zettel geschrieben, der kam in einen Umschlag. Ich weiß es nicht. Insofern ist es ein sehr spannungsvoller Abend. Wie groß ist die Verantwortung, die man bei so etwas fühlt? Ja, die ist schon groß, aber ich muss sagen, wenn man mit bestem Wissen und Gewissen sich die Filme anschaut und sich Gedanken macht, das habe ich getan. Also ich habe mir wirklich aufgeschrieben, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Und man entwickelt natürlich auch, wenn man 36 Filme sieht, ein ganz gutes Raster, was man so einordnen, wie man das einordnen kann und muss und sollte. Und deswegen, also ich stehe total zu meinen Entscheidungen und auch in der Diskussion, in der Jury habe ich gemerkt, dass die Argumente, die ich so mir überlegt hatte, dass die auch in der Diskussion Bestand haben. Das heißt ja nicht, dass auch andere andere Meinungen haben können und andere Argumente vorbringen, aber es war eben wirklich eine demokratische Entscheidung. Insofern lag es ja nicht alles auf meinen Schultern. Auf welchen der Preisträger freuen Sie sich heute Abend ganz besonders? Also ich freue mich ganz besonders auf Apple Cino. So ein kleiner Mann. Ja, so klein, aber oh ho. Ja, nein, auf den freue ich mich total, aber ich freue mich auch auf Dieter Haller von. Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß. Dankeschön. Tschüss.